Heyyyaa Willkommen zurück zu Hatred! Zum nächsten Level Das letzte mal haben wir nämlich am Bahnhof einen Amoklauf gestartet Haben einen Zug entgleisen lassen mit 50 Toten Und ja, die Armee die angeguckt ist mit der Eile Haben wir auch aus dem Weg geräumt Jetzt sind wir auf dem Weg zur Innenstadt Und dort machen wir weiter Also setzen wir fort mit dem nächsten Level Und schauen was uns dort erwartet Und wen wir ja, und besser gesagt Wie viele wir erledigen sollen Ja, das ist eigentlich die Aufgabe hier Wir sollen ja so viele wie möglich erledigen Das war nur eine bestimmte Anzahl Der Rest ist ja nur zur Heilung quasi da Und ja, mal sehen Was uns erwartet, in eigenem Stadt Wir gehen direkt weiter Ja 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 Ich habe jetzt die Ich bin froh, aber ich habe meine Projekte, wie Sie sehen können. Es gibt noch andere Begrüßungen, ich sende zusätzliche Unen. Oh! Wir sind in hell. So. Nett. Ich muss 20 Leute um, um, überfahren. Mal hören. Ne, war nix. Was war von Herbert? Okay, hab ich ein Problem, dass ich hier äh... Wo ist mein Maussucker da? Oh ne? Ah ja. Abschneiden, ja genau. So. Okay. Ja, war ja duper. Oh ne. Aber wir sollten weg. Sonst passiert doch was. Oh. Bleibig. Okay. Okay. Ja. Ja. Oh ne, ich hab keine Milizion mehr. Okay, neben zwei. Zwei Mutis nur umbringen. Zwei Mutis, zwei Mutis bleiben. Dann muss ich noch überfahren, ja. Na? Ah! Nee, ich überfahre, Leute! So, wir haben's geschafft! Okay, sollte ich jetzt... Die Steuerung ist ziemlich scheiße, deswegen... So, wir sollen jetzt die Kaffeekunden erledigen. Na dann... Ah! Oh, man! Eureka! Ja! Da Mitte! Ouh! Dann haben sie noch... Haben sie geschafft! Es hieß Leute bei der Waffenausstellung... Nett! Das war mal wichtig! Ah! Ah! Ich brauche ihn mal! Oh ja! Okay! Ich brauche mal Lebensenergie, danke! Oh! Komm ich ja von allen Seiten! Was soll das? Ist ja irre hier! Hier rein! Nein, komm ich nicht rein! Doch, komm ich doch! Komm schon! Komm schon! So! Okay! Nun die Zinsalb alle! Okay! Okay! Mühe ich zu viel langer und knapp! Okay, aber gibt's das denn? Oh! 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 Wie ist das? Oh! 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 Ja Okay Du blütest? Ja jetzt Ach Akas Lieber die hier, den Ding mal besser Ah ja So So Es tut Es tut Nein Lass mich selbst Ich bin ein Mann von Hämter und Hämter Ach hier ist noch Okay So Immer noch Okay Okay Wir müssen hier weg Wir kommen hier mit gar kein Ende, das ist das Problem hier Hier waren wir schon mal, aber irgendwo gibt's hier noch was Komm ich hier nicht raus? Na doch So So Okay Gehen wir mal da hin Wir brennen die Affen Was? Den Affen in der Bank? Was für Affen? Wir bringen vielleicht Nein Wir kommen Ja Wir kommen Wir kommen Boah. Gibt's ja gar nicht, ey. Gebt ihr mal noch! Gebt ihr mal noch! Was soll das hier, hä? Äh! Kriegen mal kleine Typen! Das ist ja irre! Puuuuff! Wo muss ich denn überhaupt hin, hier? Da! Ah ja! Da! Verbrennen den Affen! Welchen Affen überhaupt? Wenn das Geld... ich verbrenne, wenn das jetzt brellt! Das Geld soll man sich nicht verbrennen! So macht er Sinn! Den Affen! Wieso denn Affen? The Ape? Oh! Oh! Der Arzt ist scheinbar! Ja! Der Prinz sieht super! Der Holler ist für den plainsen. Der Opa! Der ist als nächstes du! Der Oi! Ja, der wollte ja nicht davonlaufen. So. Besuche die neue iPhone Premiere. Komm ich nicht raus. Das ist einfach eine Tür. Oh. Run away! Run away! Run away! Run away! Ja. Haben wir auch geschafft. 50 Leute müssen wir immer noch umbringen. Aber wir müssen mittlerweile ein bisschen Ruhe vor den Polizisten. Also wir müssen hier noch ein bisschen Ruhe her. Ja. So? Okay. Hehehehehehe. Ah, ist das ja nett. Naja, eigentlich ist das gar nicht mehr nett, da ist schon ein richtiger Amoklauf jetzt. Da ist schon ein bisschen übler, hm? Da geht's rein. 40 Leute in den Umring, da gibt's noch eine Pistole. Kommen wir uns in Munition. Ah. Der Fersegebiet ist wieder nicht kaputt. Da sind sie, wieder zu viert. Ah. Rund für ihr Leben! So? Oh, nein! Ah! Ah! Du wirst nicht ein Naturalsmacht werden. Ah, komm, 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 komm. Dann komm ich noch ein bisschen. Danke. Holy shit! Das ist schon mal mit. Oh, komm! Ich bin aber nicht. Wie wird es sein? Ich gehe jetzt! Ich gehe jetzt nicht! Ah! Ja. Ja. Audrey? Muss man wieder irgendwie in den Waffenshop kommen, muss man wieder zu den Waffen laden. 36 Stück. Guck mal wieder welche. Die bin ich. Na. Einkaufsladen. Hier war das iPhone. Ne, der iPhone heißt es ja. Apple war wieder fesselnd. So, mal gucken. Irgendwo mal die Waffen laden, ne? Auf der anderen Seite. So. Na, ich will momentan wieder ein bisschen aufstocken. Die brauchen die Munition sowieso. Hier liegen Leichen. Ne, keine Leichen. Hier ist ein Einkaufsladen, aber nicht auf die Suche. Da, das war richtig, glaube ich. Ah, das sieht besser aus, ne? Das sieht eher nach dem aus, wo ich hin möchte. Guck mal hier. Das ist ein Raketenwerfer? Das ist ja grad'n Raketenwerfer. Den brauch ich wohl noch nicht. Ist sicherlich auch mal interessant, so ne... Soldaten werden. Das ist ein, das ist ein Flammenwerfer. Glaub ich, ne? Das ist ein Flammenwerfer. Hm, aber bräuch ich Raketenwerfer schon? Ich glaub nicht. Wahrscheinlich später vermutlich. So. Soll landen werden. Mach das! Was? Ja. Da sollte man hier über das Gras rumlaufen. Das ist sicherlich nicht so ne gute Idee. Das Gras ist immer schlecht. Jesus. Hat keine Ahnung. Von Flusswaffen. Oh-oh-oh. Wo kommen die alle her? Wo kommen die alle her? Plötzlich! Wo ist der Rass uhr? Wo müssen wir die gewesen sind? Oh-oh-oh no-oh! Oh-oh! Die sind die. viele auf einmal waren. Oh, warum kommen denn alle her plötzlich, ey? Sechs haben wir aber, wie es vor uns. Und wir jetzt in nem A-Phone laden. Das ist nicht so einfach, ja. Ja, 31. Sind alle jetzt... Wolltest du grad die Waffe aufnehmen? Was ist going on?